In unserem ersten Video zum Thema Spiele gewinnen haben wir über die größte Bedrohung des Gegners gesprochen und Gedanken dazu gefasst, wie wir die eigene Stärke durchbringen können. Und genau an diesem Punkt wollen wir heute anknüpfen. Bevor wir also in den kommenden Videos den Gegner analysieren, machen wir uns heute erstmal Gedanken über unsere eigene Mannschaft. Schaut man sich mal erfolgreiche Fußballmannschaften an, so bringen die mindestens eine Qualität eigentlich konstant auf den Platz. Sei es jetzt beim FC Liverpool das gute hohe Pressing mit vielen hohen Balleroberungen und gutem Umschaltspiel, bei Atletico Madrid kompaktes Verteidigen auf unterschiedlichen Höhen oder eben Mannschaften, wo einzelne Spieler über Jahre hinweg hinausstechen und, das schon mal so als erste Beobachtung, diese Spieler auch in der Vielzahl der Spieler auf dem Platz stehen. Sei es jetzt als Beispiel in der Vergangenheit Lionel Messi bei Barcelona, der kaum ein Spiel verpasst hat und damit eine dauerhafte Konstante im Spiel des FC Barcelonas war. Nun trainieren wir Trainer und Trainerinnen, natürlich nicht alle Lionel Messi, aber auch wir haben ja in unseren Mannschaften Spieler, die wir eigentlich immer verfügbar brauchen. Die wir nicht unten lassen, sondern die wir immer auf dem Platz sehen wollen. Doch warum wollen wir diese Spieler immer auf dem Platz haben? Weil sie Waffen haben, die den Unterschied machen. Möchte ich meine Startformation fürs kommende Wochenende bilden, dann mache ich mir ja für jede einzelne Position auf dem Feld Gedanken darüber, welche Qualität, welche individuelle Waffe hat dieser Spieler jetzt und was kann er mit dieser Qualität der Mannschaft geben? Wo hat dieser Spieler für das gesamte Mannschaftsgefüge einen Mehrwert? Darüber hinaus ist es dann, wie davor erwähnt so, dass wir ein paar Spieler haben, die der Mannschaft unheimlich viel geben und darüber hinaus noch für eine besondere Gefahr, für eine besondere Bedrohung für den Gegner sorgen können, also eine eigene Stärke sind. Hier kommen wir also nochmal auf das Thema zu sprechen, was wir schon im vorherigen Video angekratzt haben, nämlich den Thema Spielprinzipien. Unser Ansatz ist es ja, unsere Spieler auch anhand von Spielprinzipien einzuschätzen, sich also immer wieder die Frage zu stellen, wie gut kann Spieler X das Spielprinzip Y spielen? Die Spielprinzipien sollen dabei Handlungsanweisungen und damit letztendlich auch Hilfestellungen für die Spieler sein, um in Spielsituationen die beste Lösung zu finden. Sie sollten sich dabei im Optimalfall an konkreten Strategien orientieren, wodurch es uns als Trainer wiederum auch leichter fallen kann, Spiele zu analysieren, weil wir für jede Situation, die auf dem Feld vorkommt, das konkrete Spielprinzip kennen und benennen, wodurch die Spielsituation in eine Ordnung gerät. Dabei können wir für jede einzelne Spielphase Spielprinzipien entwickeln. In unserer Masterclass Spielprinzipien macht Steven dies deutlich, gibt euch konkrete Spielprinzipien an die Hand und hilft euch dabei, eure eigenen Spielprinzipien herauszuarbeiten und zu verfeinern. Doch wie erkennen wir jetzt anhand von Spielprinzipien die Waffen der Spieler? Das wird an einem Beispiel deutlicher. Ist ein Spieler beispielsweise besonders schnell, verfügt er dort also über gute athletische Attribute, also eine hohe Bewegungsstelligkeit, so kommt er natürlich auf einer langen Strecke eher noch in die Schlagdistanz gegen seinen Gegenspieler als ein langsamerer Spieler. Doch ist seine Orientierung auch gut genug, zuvor die beste Position zu finden und trifft er im richtigen Moment die Entscheidung loszulaufen? Mit diesem Dreisatz versuchen wir Spielprinzipien zu bewerten und daraus Waffen abzuleiten. Also trotz hoher Bewegungsstelligkeit hat der Spieler ein schlechtes Entscheidungsfinden oder eine schlechte Orientierung. Kann es sein, dass er zu spät losläuft und deswegen trotz seiner hohen Bewegungsstelligkeit nicht mehr in den Zweikampf kommt. Wir schauen uns damit also immer drei Parameter an. Zum Ersten, wie gut ist die Orientierung des Spielers? Findet er also immer eine gute Startposition, eine gute Ausgangsposition? Wie gut ist dann sein Entscheidungshandel? Und im dritten Step, wir nennen es Intensität, also mit welcher Dynamik, mit welcher Schnelligkeit ist der Spieler in der Lage, seine Entscheidung, die er zuvor getroffen hat, auszuführen? Die eigene Stärke einer gesamten Mannschaft entsteht jetzt aber natürlich nicht durch die Waffe eines einzelnen Spielers, sondern ist immer ein Faktor, der aus dem Zusammenspiel mehrerer Spieler entsteht. Vielleicht auch mehrerer Spielprinzipien, die aneinandergereiht werden. Die Frage, die wir als Trainer uns also dauerhaft stellen müssen, wenn es darum geht, Spiele zu gewinnen und das kommende Spiel vorzubereiten, ist, wie bringen wir unsere guten Spieler und die Spielprinzipien, die wir gut spielen können, in Stellung? Wie schaffen wir es also, unsere Waffen in Position zu bringen? Und wie helfen wir den Spielern damit, ihre Qualitäten sicher abrufen zu können? Die Antwort hierauf sind Muster. Wohingegen Spielprinzipien, ja Handlungsanweisungen und damit Hilfestellungen für den einzelnen Spieler sind, sind Muster konkrete Abläufe, die Spielprinzipien aneinanderreihen und damit Spieler miteinander vernetzen, also das Zusammenspiel zwischen einzelnen Spielern fordern und fördern. Muster sind dabei immer das Zusammenspiel aus Formation, also der Position, von wo aus die Spieler in die Aktionen starten, den konkreten Spielprinzipien und wie die Spieler diese Spielprinzipien spielen können. Bei Mustern kann es um ein konkretes Anlaufverhalten gehen oder aber um den Spielaufbau, in welchem ein bestimmtes Zahlenverhältnis geschaffen werden muss, um die gegnerische Stürmerei sicher ausspielen zu können. Ich als Trainer muss immer wieder analysieren, wie gut können die Spieler ein Spielprinzip gegen eine bestimmte Anzahl von Spielern spielen. Wie viele Aufbauspieler benötigen wir beispielsweise, um zwei gegnerische Stürmer auszuspielen? Mit dem Spielprinzip kurze Passwege. Und im nächsten Schritt dann die Frage, wenn man sich dazu entschließt, gegen die zwei Stürmer in einem Dreieraufbau eröffnen zu wollen, wo kommt der dritte Spieler her, wenn ich beispielsweise nur mit zwei nominellen Innenverteidiger spiele? Kippt ein Achter ab, ziehe ich den Sechser zwischen die beiden Innenverteidiger oder wähle ich doch eine Startformation, wo ich von Beginn an mit drei Innenverteidigern das Spiel aufbaue? Ein prominentes Beispiel ist da mal wieder Pep Guardiola, der seinen Spielern ja immer verspricht, über seine Muster die Mannschaft ins letzte Drittel zu bringen. Die Ziele, die man sich mit Mustern also setzt, können natürlich Balleroberungen sein im Spiel gegen den Ball, im Spielaufbau wie bei Guardiola die Frage, wie komme ich ins letzte Drittel? oder aber einfach wie kommt mein Unterschiedsspieler an den Ball? Muster sind Abläufe, also das Zusammenspiel von Spielprinzipien und Spielern und wir verfolgen mit ihnen das Ziel, die Mannschaft sich in die gleiche Richtung bewegen zu lassen. Hier fügen wir nochmal ein Zitat von Sun Tzu ein, welcher sagt, dass derjenige siegen wird, dessen Armee in allen Rängen vom gleichen Geist beseelt ist. Es macht dann natürlich auch Sinn, diese Muster an den Gegner anzupassen. Damit beschäftigen wir uns allerdings erst beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Coach Tzu. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.